Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten und herzlich willkommen zu meinem Unboxing des Alcatel OneTouch IdleScribe HD. In den nächsten paar Minuten wollen wir uns anschauen, was es so alles in der Verpackung gibt und ich verrate schon mal, dort wird wirklich einiges drin liegen. Dazu schauen wir uns das Gerät ganz genau im Detail anschauen, wo sind die Stärken und Schwächen in der Verarbeitung und ich gebe euch einen ersten Eindruck. Jetzt geht's los, ich wünsche euch viel Spaß. Alleine die Verpackung ist schon ein absolut riesiges Teil, wir machen es einfach mal auf und schauen, was wir so drin liegen haben. Ganz oben natürlich wie immer das Gerät, das wir zuerst mal zur Seite schmeißen, dann haben wir den Behälter, in dem das Gerät immer liegt. Das klemmt hier ordentlich in der Verpackung, irgendwann hat man es dann aber raus. Da drunter kommt nochmal so eine kleine Pappabsperrung und dann kommen die wichtigen Sachen. Wir fangen mal an mit der Kurzanleitung, in diesem Fall natürlich auf Deutsch und dann gibt es noch den ein oder anderen kleinen Papierkram. Dann kommt natürlich ein Headset, es ist ein In-Ear Headset, ich packe das mal gerade aus. Wir schauen, gibt es dort irgendwas Besonderes? Nö, auf den ersten Augenblick nicht. Es sieht ganz nett aus, wir haben ein ganz normales dünnes Kabel, nichts Besonderes hier. Weiter geht es mit dem Netzteil. Okay, das schaut so aus, damit können wir noch nicht viel anfangen. Wenn wir dazu aber das modulare Datenkabel nehmen, dann können wir daraus ein Netzteil machen und das Gerät an der Steckdose schnell laden. Ansonsten können wir das Datenkabel natürlich benutzen, um damit Dateien mit dem PC auszutauschen oder am Notebook oder PC zu laden. Legen wir auch das weg und schauen weiter. Wir bekommen noch so einen kleinen, ja ich sag mal S-Pen mit, wie es bei Samsung heißen würde oder einfach nur einen kleinen Stylus, also einen Stift zum Schreiben. Dieser hat, man sieht ja schon, keine, wie es bei Samsung der Fall ist, Spitze, sondern wir haben einfach so einen runden Button, wie das auch bei den, ich sag mal, normalen kapazitiven Stiften ist, die man so kaufen kann. Das war aber noch nicht alles, denn wir haben noch ein Magic Cover mit dabei. Was es damit auf sich hat, das schauen wir am Ende dieses Videos nochmal, jetzt gucken wir uns aber das Gerät an. Bevor wir uns das Gerät genauer anschauen, noch einen kleinen Hinweis. Wenn ihr das Alcatel OneTouch Scribe HD haben wollt, dann gibt es verschiedene Versionen. Und zwar zum Beispiel einmal eine mit einer SIM und wir haben momentan aber die Dual-SIM-Version und die trägt die genaue Bezeichnung 8008D. Also, immer schön drauf schauen, Single- oder Dual-SIM-Version. Wie gesagt, ich habe die Dual-SIM-Version und die schauen wir uns jetzt an. Was wir dazu nicht brauchen, ist die Folie, deswegen machen wir die mal ganz schnell ab. Und das soll nicht die einzige Folie sein, die wir heute vom Körper des Alcatel OneTouch Scribe HD reißen. Denn sowohl vorne als auch hinten liegen noch weitere Folien auf. Wir machen die auf der Vorderseite ab, bekommen dabei vielleicht eine Gänsehaut, je nachdem, wie ihr drauf seid. Dann auch noch die auf der Rückseite, die kleben wir schön aufeinander, damit sich das Ganze nicht voller Flusen sammelt. Und jetzt kommen wir zum Gerät. Nimmt man es das erste Mal in die Hand, fallen einem gleich mehrere Sachen auf. Zum einen, das Ding ist wirklich groß. Es liegt zwar absolut super in meiner Hand, das heißt, ich habe nicht die Sorge, dass es mir runterfällt, weil ich es einfach super gut packen kann. Aber mit einem Finger überall hinzukommen, wird schon wirklich schwer. Dann, das Teil ist irgendwie wirklich leicht. Für die wirklich, ja, nicht kleine Größe liegt es irgendwie wirklich nicht nur von der Passgröße, sondern auch vom Gewicht her in der Hand. Und dann gibt es da noch etwas, was ich mal Formfaktor nennen würde. Und da gucken wir jetzt gleich nochmals genauer an. Dazu beginnen wir wie immer auf der linken Seite. Wir schauen uns zuerst einmal den genauen Aufbau bzw. Zusammenbau an. Wir sehen, ganz vorne ist das Displayglas draufgesetzt. Jetzt sieht man das vielleicht besser. Und dann kommt hier diese Polycarbonatrückseite bzw. Kunststoff. Oben ist sie noch normal dick, unten hin wird sie ein bisschen dünner und zudem spitzer. Außerdem, ich weiß nicht, ob ich das jetzt einfangen kann im Video, vielleicht sieht man das jetzt ganz gut, ist das hier nicht ganz angeordnet. Das heißt, das Glas zwischen Glas und der Gehäuserückseite hier ist so eine kleine Lücke. Und genau hier findet sich auch der SIM-Karten-Slot. Und zwar für beide SIM-Karten. Einmal für SIM-Karte 2 und einmal für SIM-Karte 1. Hier kann man reingreifen, dann kann man das aufmachen und dann legt man die zwei Micro-SIM-Karten ein. Das Ganze ist hier noch nicht großartig ein Problem. Wenn wir gleich auf die rechte Seite kommen, zeige ich euch aber mal was. Darunter kommt dann der Micro-USB-Anschluss. Hiermit laden wir das Teil oder tauschen Dateien mit dem PC oder Notebook aus. Hier sieht man nochmal schön den Formfaktor. Wir kommen nun zur angesprochenen rechten Seite. Dort finden wir unten nicht wirklich viel, landen aber dann irgendwann beim Micro-SD-Karten-Slot. Und vielleicht sieht man das hier ganz gut, ja ich glaube gerade hat man das gesehen, dass hier wirklich so eine kleine Schlucht oder so ein kleiner Spalt ist zwischen Display und der Gehäuserückseite. Und genau hier befindet sich der Slot für die Micro-SD-Karte. Und ich schaffe es nicht, mit meinen Fingernägeln da wirklich heranzukommen. Das heißt, ich brauche immer ein Messer oder ähnliches, weil hier einfach wirklich diese Lücke ist. Ich weiß nicht, ob das ein Design-Merkmal sein soll, aber es ist wirklich nicht praktisch. Gut, dass man nicht so oft an die Micro-SD-Karte muss. Dann kommt hier noch die laut-leise Wippe. Diese steht ein kleines Stückchen heraus, hat aber einen wirklich weichen, dennoch guten Druckpunkt und wackeln tut sie nur ein wenig. Das geht aber vollkommen in Ordnung. Wir gucken uns nun die spitze Unterseite an. Ich glaube, man sieht schon, dass es hier einen ganz speziellen Formfaktor hat. Ansonsten hat man hier vorne natürlich noch das Displayglas, das aber überall abgerundet ist. Und dann eben diese erwähnte Spitze auf der Unterrückseite. Oben angekommen haben wir dann nur noch den 3,5 mm Klinkenanschluss und den einen aus Powerbutton. Dieser hat einen wirklich sehr, sehr leichten, ich weiß nicht, ob nicht sogar zu leichten Druckpunkt. Schaden tut das aber auf keinen Fall. Genau, dieser Powerbutton ist aber, wenn ihr mich fragt, ein wenig unpraktisch dort platziert. Denn wenn man es so in der Hand hat, dann kennt man das, hat man hier irgendwo die Tasten. So muss man ein wenig umgreifen, vielleicht mit dem Zeigefinger oder eben mit dem Daumen, um hier oben dann doch an die Ein-Aus-Power-Taste, um zum Entsperren zu kommen, beispielsweise zu wechseln. Das ist ein Griff zu viel, den man sich eventuell hätte sparen können, wenn man hier, wo der Micro-SD-Kartenschlitten steckt, vielleicht die Ein-Aus-Power-Taste hingesetzt hätte. Ansonsten, alles gut. Alles gut heißt, wir kommen zur Rückseite. Und auch hier gehen wir natürlich ins Detail. Wir fangen ganz unten an. Hier finden wir einen im Vergleich zu anderen Smartphones wirklich sehr, sehr großen Lautsprecher. Darüber einige Kennzeichnungen und einen Alcatel-Schriftzug. Wir sehen One-Touch für die Alcatel-Smartphone-Reihe. Und dann kommt eine Single-LED, ein Sekundärmikrofon zur aktiven Geräuschunterdrückung und die 8 Megapixel-Full-HD-Kamera. Full-HD, weil wir Videos in Full-HD aufnehmen können. Was kann man zur Kamera noch sagen? Ich zeige euch das mal. Zunächst einmal ist es eine ganz normale Kamera. Sie hat einen silbernen Ring, wie es wirklich viele Smartphones haben. Wenn wir das Ganze aber drehen, dann sehen wir, dass es wirklich ein richtig, richtig dickes Stück raussteht. Ich weiß noch nicht genau, was das soll. Ich finde es absolut unpraktisch. Denn wenn wir das Gerät jetzt mal hinlegen, dann liegt es nie wirklich ruhig da. Man kann immer hin und her wackeln. Das Ganze wäre vielleicht ganz praktisch, wenn wir direkt darunter den Lautsprecher positioniert hätten, weil dieser dann ein wenig in die Luft steht. Ihr kennt das, wenn Musik läuft und man mit dem Finger darüber pappt, dann wird das immer ein bisschen leiser. Hätte man diesen nun da platziert und das Gerät liegt ein bisschen höher wegen der Kamera, wäre das Ganze praktisch. So weiß ich noch nicht genau, was der Sinn dahinter ist. Es ist vielleicht ein Designmerkmal, aber wirklich praktisch finde ich das nicht. Ansonsten bleibt hier nur zu sagen, dass es ein Kunststoff ist, der sich auch nach Kunststoff anfühlt. Also nicht unglaublich hochwertig. Es liegt aber gut in der Hand. Wirklich runterrutschen tut dann nichts, selbst wenn ich meine Hand ein bisschen schüttle. Liegt also, wie eben schon am Anfang erwähnt, wirklich gut in der Hand, wenn auch nicht alles super erreichbar ist. Wir kommen nur zur Vorderseite und schauen zunächst einmal noch ganz genau ins Detail. Denn hier sieht man sehr schön den Rahmen um das Display und den Übergang zum Rest des Gehäuses. Also hier ist dieser Rahmen und dann kommt das Displayglas. Was finden wir dort? Auf der Oberseite das Übliche. Also eine Frontkamera, in diesem Fall mit 1,3 Megapixel. Videos können wir in 720p, also in High Definition aufnehmen. Daneben Licht- und Annäherungsensor und eine Hörmuschel. Eine Benachrichtigungs-LED fehlt hier leider. Dann kommt das Display, das wir uns gleich noch einmal genauer anschauen. Hier kann man aber sehen, wie breit der Rand zwischen Gehäuse und Display ist. Dann gehen wir weit nach unten und jetzt würde man hier vermutlich erwarten, dass wir dort ein paar Tasten finden. Das ist aber nicht so, denn es sind Onscreen-Tasten vorhanden. Warum genau es hier unten noch so breit ist, ich kann es euch nicht genau sagen, aber das hätte man wahrscheinlich besser lösen können. Ja, und nun liegt vor uns das 5-Zoll-große Black Crystal IPS LC-Display mit einer Auflösung von 1280x720p. Im Volksmund heißt das Ganze dann HD oder High Definition. Wir haben eine Pixel-Per-Innenstichte von 294. Vorne ist das Ganze durch Dragontail geschützt und eine extra Fettabweisungsschicht wurde aufgetragen, denn wir kennen das. Das Display ist gesperrt, wir spielen ein bisschen drauf rum und dann ist das Ganze voller Fettfinger. Ja, das sollte jetzt erstmal zu den Details gewesen sein. Wir gehen aber mal ein bisschen weiter, nämlich zur Höhe. Ganze 144 mm ist das Ding hoch, 75 mm breit und 8,5 mm dick. Wo ist es dick? 8,5 mm. So, das war das Gehäuse, das war der Aufbau des Gehäuses. Kommen wir nun mal zur Größe. Das Ding ist 144 mm hoch und 75 mm breit und liegt dadurch wirklich nicht schlecht in der Hand. Aber natürlich wollt ihr auch wissen, wie breit bzw. wie tief ist das Ding denn? Angegeben ist es mit 8,5 mm. Das ist es prinzipiell auch, wenn er nicht diese Kamera wäre. Ich lege das mal gerade bündig und ihr seht schon, mit Kamera kommen wir da locker auf einen Zentimeter. Ist aber wie gesagt nur dieses kleine Stück, damit kann man sich schon zufrieden geben. Zu Beginn des Videos habe ich schon mal beim ersten Eindruck gesagt, das Ding ist für seine Größe echt nicht schwer. Und 135 Gramm, so viel wiegt das, inklusive Akku, der nicht ausgewechselt werden kann, weil wir ein Unibody-Gehäuse haben, ist das wirklich ein absoluter Spitzenwert. Natürlich ist das auch dem Polycarbonat zu verdanken, aber warum sollen wir da schlecht reden? 135 Gramm bei dieser Größe ist echt nicht schlecht. Was haben wir sonst noch so? Wir haben natürlich einen Akku, dieser ist irgendwo hier verbaut. Dieser liefert 2500 mAh und das ist echt stark. Nicht ganz so stark ist der Speicher. Angegeben ist er mit 4 GB intern und wir sehen schon, davon sind nicht wirklich 4 GB frei. Wie schön, dass wir da noch eine MicroSD-Karte einsetzen können. Maximal 32 GB können wir also noch draufpacken. Wir werfen nochmal einen Blick auf die Größe, denn irgendwelche Fakten bringen uns allen gar nichts. Aber was bringt uns was? Ein Taschentuch, das haben wir alle zu Hause, neben dem Bett oder im Keller oder im Zimmer oder sonst wo. Legen wir also mal drauf und schauen mal genauer hin. An die Seite neben das Taschentuch passt noch locker ein kleiner Finger und oben passen sogar zwei Finger hin. Das heißt, legt euch ein Taschentuch auf die Hand, legt ein paar Finger dazu und ihr habt in etwa die Größe. Für die Leute, die ein paar Smartphones zu Hause liegen haben, für die habe ich noch ein HTC Desire HD. Das Teil, mit dem ich mich momentan wieder zufrieden geben darf. Und wir haben einen iPhone-Klon. Das macht aber nicht Sinn, der hat dieselben Abmessungen wie eben das iPhone. Heißt, so sieht das im direkten Vergleich aus. Vielleicht hilft das dem einen oder anderen weiter. Weiterhelfen ist toll und meine Übergänge sind absolut gigantisch. Wir schauen mal auf die Farbe. Wir sehen vor uns die Pure White Version, also die weiße. Auf der Packung sehen wir noch eine rote Version. Davon bleiben wir aber, wenn man das so sagen darf, verschont. Wir bekommen die schwarze und die weiße Version. Eine gelbe geistert auch noch irgendwo rum, aber wir müssen uns erstmal mit schwarz und weiß zufrieden geben. Finde ich aber nicht schlecht. Geht schon vollkommen klar. Übrigens, wenn man sich das Teil kaufen möchte, dann ist es mittlerweile in Deutschland lagern. Beispielsweise bei getgoods.de. Man zahlt 300 Euro und dafür, dass wir hier ein großes, ein HD-Display haben und vor allem es läuft Jellybean 4.2 drauf. Dafür kann man mit 300 Euro gar nichts Negatives sagen. Ja, da habe ich schon fast zu viel verraten. Wir kommen mal zum Betriebssystem Android 4.2.1. Jellybean ist vorinstalliert und das ist echt nicht schlecht, oder? Es ist die fast aktuellste Version. 4.2.2 ist derweil draußen, aber für ein Alcatel, was mittlerweile ja nun wirklich nicht zu den großen Smartphone-Herstellern gehört, ist das schon absolut super. Angereben wird das Ganze durch einen 1,2 Gigahertz getakteten Quad-Core-Prozessor und zwar ist das der Mediatek, also MT6589. 1 GB RAM kommen noch dazu, genauso wie HSPA bis 42 m ms für mobile Daten, also für Internet, wenn man unterwegs ist. Zu Hause benutzen wir dann 802.11er BGN-WLAN. Bluetooth 4.0 ist auch noch dabei. Ja, das sollte jetzt erstmal mit den wichtigsten Sachen gewesen sein, aber es gibt dann noch zwei Sachen, die wir uns anschauen wollen. Wir beginnen mal mit dem Magic Cover, das mitgeliefert wird. Was kann das so? Es sieht ganz schick aus mit diesem Brushed-Aluminum-Look, ist aber kein Aluminium, das ist irgendwas, ich weiß nicht, ich kann euch das Material einfach nicht beschreiben. Auf jeden Fall ist das irgendwas, innen ist es dieses ja, keine Ahnung wie man das nennt, auf jeden Fall soll das das Display so ein bisschen reinigen. Hier außenrum wird das so eine Mischung aus Pappe und noch irgendwas sein. Aber was ist daran Magic? Ich zeige euch das mal. Jetzt seht ihr das. Das Ganze ist also mit einem Magneten versehen. Wozu ist das Ganze gut? Ja, schauen wir doch einfach mal. Man kann das also locker links an die Seite pappen. Wir versuchen das mal hier unten irgendwo. Man sieht schon, da ist die Wirkung nicht da. Auch nicht an der rechten Seite und auch nicht an der Oberseite. Heißt, links, genau gesagt, hier muss irgendwo ein Magnet verbaut sein. Das Ganze ist eine schöne Spielerei. Absolut coole Sache, dass das mitgeliefert wird. Dann muss man sich nicht extra noch um ein Case kümmern. Jetzt werden sich einige von euch sicherlich fragen, ob das so Magic ist, wie es beim iPad der Fall ist. Das heißt, ich klappe es zu und das Display geht ein oder aus. Das habe ich noch nicht getestet. Das werdet ihr dann im Review von mir erfahren. Dort werdet ihr auch noch viel, viel mehr sehen. Zum Beispiel, was das für zwei wirklich coole Applikationen sind. Ja, ansonsten haben wir hier noch diesen kleinen Stylus dabei. Was kann der so? Ja, eigentlich kann der das, was Finger auch so können. Wir müssen also nicht den Finger nutzen, sondern wir können auch einfach mit diesem Stylus hin und her arbeiten. Gut, das soll es mit dem Unboxing einmal gewesen sein. Es war viel in der Verpackung. Es ist ein wirklich interessantes Gerät zu einem noch interessanteren Preis. Noch, noch viel interessanter wird mein Review. Also schaltet auch bald wieder ein, denn es wird noch viele, viele Videos geben, wie ihr das von mir kennt. Danach werdet ihr das Gerät in- und auswendig kennen und ihr wisst, ob es euch taugen wird oder nicht. Das war es von mir. Ich danke euch wie immer für eure Zeit. Macht's gut. Ciao.